Ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Genau, ich wurde schon vorgestellt, wer mich nicht kennt, Simon Weiß, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, parteilos, etwas erkältet, aber das soll mich alles jetzt nicht daran hindern, diesen Vortrag zu halten. Wer sich von euch nicht das App-Stack durchgelesen hat meines Vortrags, fragt sich vielleicht, was mit das andere geistige Eigentum gemeint ist. Den Begriff kennen ja sicherlich, denke ich mal, alle aus der Debatte um ein zeitgemäßes Urheberrecht. Ich werde ein bisschen darauf eingehen und ich will mit dem Vortrag ein bisschen in die Richtung der Frage gehen, sind denn die Diskussionen, die man da führt und die Argumente, die da ausgetauscht werden, darauf, was sind eigentlich solche Eigentumsrechte für Informationen in einer sogenannten Informationsgesellschaft? Was bedeutet das eigentlich und was sind die Probleme damit, ob man die nicht auf einige andere Gebiete als nur Urheberrecht, gegebenenfalls noch Patentrecht ausweiten sollte? Ich habe dafür das Beispiel Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Dazu werde ich ein bisschen was erzählen, wie die eigentlich im deutschen Recht verankert sind, was es damit auf sich hat und was das mit Eigentumsrechten zu tun hat. Und schließlich werde ich ein praktisches Beispiel dafür, warum das politisch möglicherweise relevant ist, geben, indem ich ein bisschen was über Informationsfreiheitsgesetzgebung und was das mit Geschäftsgeheimnissen zu tun hat, erzählen werde. Also geistiges Eigentum, ja, gibt es ja gar nicht. In der Diskussion um das Urheberrecht, die, glaube ich, die Anwesenden durchaus vertraut ist, ist geistiges Eigentum so ein Kampfbegriff, der auch immer sehr emotional besetzt wird. Einerseits heißt es dann, die Rechte, sogenannten Immaterialgüterrechte, was ein bisschen der präzisere Begriff ist, sind ja geistiges Eigentum, das ist immer ein sehr schöner Begriff, auch weil der Begriff Eigentum sehr stark moralisch aufgeladen ist. Wenn etwas Eigentum ist, dann ist es ja quasi schon so etwas wie, das gehört mir, das ist ein Menschenrecht und so weiter. Und da können die meisten Leute auch etwas emotionales, was mit anfangen, mit dem Begriff Eigentum. Andererseits wird er dann natürlich kritisiert, genau aufgrund dieser emotionalen Wirkung und auch wegen der Frage, kann man denn überhaupt geistiges Eigentum haben, kann denn Eigentum geistig sein, gibt es nicht Eigentum nur an Sachen, die man irgendwie mit sich rumschleppen kann? Naja, blöd gefragt. Ich habe dann, weil ich ein schönes Beispiel für die Debatte gesucht habe, tatsächlich nochmal gesehen, dass bei der Open Mind 2011, beziehungsweise habe ich mich dann auch daran erinnert, einen Vortrag gab von Andi Popp, warum Eigentum nicht geistig sein kann, und Seco, okay, sorry, wie dem auch sei, warum Eigentum nicht geistig sein kann, der das tatsächlich ganz gut auseinander nimmt, was eigentlich dieser Eigentumsbegriff ist und so weiter. Ich will jetzt hier nur kurz nochmal drauf eingehen, weil sonst könnte ich ja auch wieder einen ganzen Vortrag damit füllen. Erstmal, wenn wir mit dem Begriff geistiges Eigentumkritik üben wollen, müssen wir uns fragen, was ist denn eigentlich Eigentum? Man kann Sachen immer gut definieren, wenn man sie von anderen abgrenzt, in dem Fall Besitz. Also der rechtliche Begriff Eigentum grenzt sich ab von Besitz dadurch, dass man besitzt etwas, wenn man es, ja, vereinfacht gesagt in der Hand hält, also direkten Zugriff darauf hat. Eigentum ist eine Abstraktion vom Begriff, vom Begriff Besitz. Also sagen, Eigentum ist quasi der rechtmäßige Zugriff oder das Recht auf Zugriff, selbst wenn es zwischenzeitlich ausgesetzt sein sollte. Beispiel, wenn ich die Straße langlaufe und jemand klaut mir meine Tasche und rennt damit weg, dann ist sie nicht mehr in meinem Besitz, sie ist aber immer noch mein Eigentum. Wenn ich einen Wagen miete, dann ist er in meinem Besitz, aber er ist nicht mein Eigentum. Und aus dieser Abgrenzung sehen wir schon mal, Eigentum ist eigentlich eine gesellschaftliche Übereinkunft, im Gegensatz zu Besitz, die im Wesentlichen sagt, jemand hat das Recht, Zugriff auf irgendetwas zu haben, an einer Sache, aber nicht unbedingt nur an einer Sache, das ist der nächste Punkt. Eigentum ist dann auch an immateriellen Sachen möglich. Und das geht gar nicht mal nur in den Bereich geistiges Eigentum, so genannt, Anführungszeichen, rein, sondern eigentlich schon sind viele Rechte, die wir eigentlich relativ problemlos als Eigentumsrechte bezeichnen. Nicht Eigentumsrechte an Sachen, allein schon das Eigentum an einem Grundstück ist schwer, als Eigentum an einer Sache zu bezeichnen, weil es eigentlich keine abgegrenzte Sache ist, aber auch man kann Eigentum an einem bestimmten Recht haben, zum Beispiel Schürfrechte, was weiß ich. Man kann Eigentum haben in Form einer Beteiligung an einem Unternehmen, das ist natürlich auch relativ abstrakt. Das heißt, wenn wir über geistiges Eigentum reden, geht es gar nicht mehr so darum, um die Abgrenzung, Eigentum kann es nur an Sachen geben, das wäre vielleicht der erste naive Gedanke, aber da wird es schon schwer. Das heißt, wir müssen uns fragen, was sind denn die Sachen, nicht die Sachen, also was sind die Fälle, in denen der Begriff geistiges Eigentum fällt und was stört uns daran? Ich will jetzt nicht am Begriff hängen bleiben, ich will über die Sache reden und wenn man über die Sache redet, dann kommt man am Ende zu der Frage, die da steht. Die Frage ist, was soll mit solchen Rechten, die aussehen wie Eigentum, behandelt werden und was nicht? Urheberrecht zum Beispiel gibt es halt so eine Art Eigentum in Anführungszeichen an einem Werk und es hat viele Eigenschaften eines Eigentums an einer Sache, manche hat es nicht, das ist zum Beispiel zeitlich begrenzt, allerdings sehr lang und so weiter und darüber kann man diskutieren. Das ist eine sehr relevante Frage und die Frage ist auch nicht sehr neu. Die Frage beschäftigt die Menschheit schon ziemlich lange. Ein wichtiges Beispiel ist zum Beispiel die Entstehung des Kapitalismus aus der Feudalgesellschaft. Da sind sehr viele Sachen, die man früher so behandelt hat als Bündel von Rechten und Pflichten, so in einem Feudalverhältnis übergegangen in Grundstück, Entschuldigung, Eigentum an einem Grundstück oder an einem Stück Land oder irgendwie so etwas. Ja, eine hochinteressante Frage und ich möchte die jetzt mal nicht mit dem Thema Urheberrecht behandeln, sondern mit einem anderen Thema. Vorher nochmal, was ist denn die Kritik daran? Also die Kritik an der Sache und nicht am Begriff, die wir vom Urheberrecht kennen. Im Wesentlichen, dass man ein Werk ja nicht einfach irgendwie jemandem wegnehmen kann, sondern dass es kopierbar ist. Und in dem Moment, wo wir etwas, was kopierbar ist, behandeln wie Eigentum, führen wir eine Art künstliche Verknappung durch. Das kann man erstmal machen, das hat halt bestimmte Effekte. Ein möglicher negativer Effekt ist, dass es ein Eingriff in einen freien Austausch von Wissen ist, in einen Eingriff in einen freien Austausch von Kultur, also das natürlich erstmal gerechtfertigt werden muss. Und es hat bestimmte politische Nebeneffekte, die man nicht haben möchte. Beim Urheberrecht ist das die Tatsache, dass diese ganze Diskussion um das Urheberrecht immer dazu benutzt wird, um Überwachung im Internet zu rechtfertigen zum Beispiel oder Missbrauch in anderer Form, Stichwort Zensurheberrecht ist ein Thema, wo halt das Urheberrecht verwendet wird, um bestimmte Informationen, die jetzt eigentlich nicht in den, also Dokumente, die eigentlich nicht in den gemeinten Schutzbereich des Urheberrechts fallen, zurückzuhalten. Ja. Jetzt aber Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Ja, was sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse? Also erstmal, ja, ein Geheimnis ist etwas, das manche Leute kennen und andere nicht und von denen die Leute, die es kennen, nicht wissen, dass die anderen Leute es kennen, nicht wollen, dass die anderen Leute es kennen. Und ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ist ein Geheimnis, das sich auf einen Betrieb oder ein Geschäft, also ein Unternehmen, bezieht. Es gibt, das ist zur Unterscheidung, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Betriebsgeheimnisse betreffen den technischen Bereich, Geschäftsgeheimnisse betreffen den kaufmännischen Bereich. Ich sage, dass ich da Vollständigkeit habe, weil Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ist das Wort, was man, der Begriff, den man in Gesetzestexten und Fachliteratur findet. Ich werde jetzt in Zukunft nur von Geschäftsgeheimnissen reden, aber die Unterscheidung ist an der Stelle nicht wirklich relevant. Ja, was sind Geschäftsgeheimnisse im deutschen Recht? Da oben steht eine Definition. Das ist aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts entnommen. Und zwar alle auf ein Unternehmen bezüglich der Tatsache, Umstände und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an der Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat. Ja, gut, also Definition erstmal ganz brauchbar. Warum steht da Geschäftsgeheimnis als Grundrecht drüber? Ja, aus dem Grund, Geschäftsgeheimnisse sind in der deutschen Rechtsordnung ein Grundrecht. Also, ja, woraus halte sich das ab? Wenn man das Grundgesetz durchblättet, findet man es vielleicht erstmal nicht. Das ist ein abgeleitetes Grundrecht. Zunächst mal tatsächlich Artikel 14 Eigentum, Gewährleistung des Eigentums. Denn der Eigentumsbegriff, den das Grundgesetz hat, ist tatsächlich auch relativ weit. Er empfasst auch das ganze sogenannte geistige Eigentum, also Materialgüterrechte. Und er empfasst in diesem Fall auch Geschäftsgeheimnisse. Wahrscheinlich noch überraschender, für die Sie es nicht wissen, Artikel 12 Berufsfreiheit. Und das ist auch die Herleitung, die das Bundesverfassungsgericht in dem beurteilierten Urteil durchführt. Alle Deutschen haben das Recht, den Beruf frei zu wählen. Und Artikel 19 Grundgesetz sagt, das ist einmal ein besonders schöner Höhepunkt des Grundgesetzes, die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Das bedeutet in diesem Fall auch ein Unternehmen, wenn es ein privatwirtschaftliches Unternehmen hat, auch alle Grundrechte, die man sich noch so hinbiegen kann, dass sie es haben könnte. Und eins davon ist das Grundrecht auf Berufsfreiheit. Und das ist die sogenannte Unternehmensfreiheit. Das bedeutet, jedes Unternehmen hat ein im Grundgesetz garantiertes Grundrecht darauf, Geschäfte zu machen. Also an den Markt zu gehen und dort teilzunehmen. Wir haben also die Gewährleistung von Geschäftsgeheimnissen hier als abgeleitetes Grundrecht im Grundgesetz verankert. Warte, noch mal kurz da. Jetzt können wir uns fragen, wofür sind diese Geschäftsgeheimnisse eigentlich da? Wenn man sie vom Grundrecht auf Berufsfreiheit ableitet, heißt es ja, wir sind dazu da, um irgendwie Unternehmen davor zu schützen, dass ihre Geschäftsgeheimnisse bekannt werden und sie somit irgendwie einen individuellen Nachteil haben. Ein interessanter Vergleich, der sich an der Stelle anbietet, ist der mit dem Patentrecht. Denn das Patentrecht befolgt ein ganz ähnliches, Silhouette zumindest ein ähnliches System. Sowohl das Patentrecht als auch Patente und Geschäftsgeheimnisse sind beide dazu da, Informationen zu schützen, die irgendwelche wirtschaftlich aktiven Unternehmen oder Privatpersonen besitzen. und wo quasi auch ihre Stellung am Markt, also die gewährleisten, dass man damit Geld verdienen kann, dass man irgendwelche Dinge weiß, die andere nicht wissen. So, mit gesagt. Es gibt aber einige grundlegende Unterschiede zwischen den beiden Systemen. Patente sind darauf aufgelegt, veröffentlicht zu werden. Also das Patentsystem sagt, Innovation ist geschützt für einen gewissen Zeitraum. Das ist der zweite Unterschied. Und wird allerdings veröffentlicht, die Veröffentlichung gewährleistet den Schutz und dann gibt es einen gewissen Schutzzeitraum, dann ist es abgelaufen. Geschäftsgeheimnisse basieren genau auf dem Gegenteil, auf der Geheimhaltung. In dem Moment, wo etwas nicht mehr geheim ist, ist es auch kein Geschäftsgeheimnis mehr und ist auch nicht mehr geschützt. Und sie sind zeitlich unbegrenzt. Zudem gibt es dort den Aspekt der Schöpfungshöhe. Patente sind mit einer relativ hohen Schöpfungshöhe ausgezeichnet, oder sollten es zumindest sein. Die Probleme des Patentsystems führen jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber theoretisch ist ein Patent tatsächlich eine eigenständige Leistung darstellen, einer gewissen Schöpfungshöhe. Geschäftsgeheimnisse haben keine Schöpfungshöhe. Geschäftsgeheimnisse kann jede Information sein. Wirklich jede Information. Und sei sie auch noch so geringfügig. Ich gebe gleich noch ein schönes Beispiel dafür. Die beiden Systeme so nebeneinander zu stellen, zeigt eigentlich, dass sie sehr unterschiedlich sind. Und sie kommen auch aus unterschiedlichen Richtungen. Das Patentrecht knüpft quasi daran an, zu sagen, wir haben hier so einen freien Markt. Und wir sehen aber, dass dieser freie Markt nicht in der Lage ist, etwas zu tun. Er ist nicht in der Lage, Innovation richtig zu belohnen, so wie wir es gerne hätten. Deshalb greifen wir in den freien Markt ein, indem wir sagen, wir verbieten einfach, also wir schaffen ein Patentsystem, was halt Leuten eine gewisse Frist gibt, wo sie ihre Innovationen exklusiv nutzen können. Und danach steht es allen zur Verfügung. Und dann haben wir wieder den freien Markt, deshalb die Veröffentlichung. Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen knüpft gar nicht an solchen Überlegungen an der Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Ich habe es eben schon erwähnt. Knüpft an tatsächlich der individuellen Marktstellung eines einzelnen Unternehmens. Also es geht darum, die Marktstellung eines Unternehmens zu schützen, im Fall eines Grundrechts halt vor staatlichen Eingriffen zu schützen. Ja, so, jetzt wird es natürlich interessant. Wir haben gelernt, das ist ein Grundrecht. Wir wissen, Grundrechte kollidieren manchmal miteinander. Und dann muss man sie abwägen und das Ganze nennt sich Politik. Was sind so ein paar Bereiche, in denen das Grundrecht auf Geschäftsgeheimnisse kollidiert? Erster Punkt, Kartellbildung. Ja, ich hatte ja vorhin schon vom freien Markt gesprochen. Wenn ein Unternehmen eine Monopolstellung oder eine führende Stellung auf einem Markt hat und dort gewisse Geschäftsgeheimnisse hat, die ihm diese Führung möglicherweise auch gesichert haben, dann ist es natürlich für ein anderes Unternehmen, das irgendwie auf diesem Markt groß werden möchte, schwer, weil es durch dieses Informationsdifferential eine schlechtere Stellung hat. Einfaches Beispiel, wenn ich jetzt morgen eine neue Suchmaschine gründen möchte und hoffe, dass Google ablöst, habe ich erst mal das Problem, dass ich nicht einfach den Suchalgorithmus von Google verwenden kann. Also jedenfalls nicht genau den. Das ist halt der Punkt, wo man sieht, warum Patentrecht eigentlich so funktioniert, wie es funktioniert. Zweiter Punkt, Freiheit der Forschung. Das ist relativ naheliegend, und da Geschäftsgeheimnisse auch Innovationen schützen können, hat man hier halt das Problem, dass Forschungsresultate auch davon betroffen sein können und insbesondere bei Kooperationen zwischen privatwirtschaftlichen Unternehmen in der Forschung, insbesondere auch mit staatlichen Stellen, kann man da halt auch seine Probleme kriegen. Und vor allem kollidieren Geschäftsgeheimnisse ja relativ offensichtlich oder können relativ offensichtlich in allen Bereichen mit Ansprüchen an Informationen kollidieren. Zum Beispiel Verbraucherschutz. Wenn ich wissen möchte, wenn ich ein Lebensmittel kaufe und wissen möchte, was ist denn da drin, dann findet da eine Abwägung statt, denn das Rezept ist sicherlich ein Geschäftsgeheimnis oder wahrscheinlich ein Geschäftsgeheimnis. Andererseits sollte ich vielleicht ein Recht darauf haben, was da drin ist, wenn ich es zu mir nehme und dass es ein Spannungsfeld auf dem Verbraucherschutzgesetzgebung stattfindet. Datenschutz, weiteres Inhangsbeispiel und schließlich Informationsfreiheit, also im Sinne von Informationsfreiheitsgesetzen Zugang zu staatlichen Informationen. Und das ist das Beispiel, über das ich jetzt etwas näher reden möchte. Ja, Informationsfreiheit. Warum Informationsfreiheit? Ja, weil ich mich ein bisschen damit auskenne. Ich beschäftige mich jetzt seit einigen Jahren intensiv damit, auch in meiner parlamentarischen Arbeit. Jetzt kommt kurz ein bisschen Eigenwerbung. Ein schönes Blog, was wir jetzt als Fraktion aufgesetzt haben, ifg.piratenfraktion.de. Da findet man ein bisschen was über die Informationsfreiheit in Berlin und so weiter und was wir da so machen. Ich habe ein Beispiel gesucht für Informationsfreiheit und Probleme, die es gibt mit Geschäftsgeheimnissen. Und dann kam da auf einmal dieser Netzpolitik.org-Artikel. Das ist von letzter Woche. Was digitale Agenda.de kostet, ist Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Worum geht es? Netzpolitik.org hat angefragt bei der Bundesregierung, ihr habt doch da jetzt so eine schöne digitale Agenda und so eine schöne Webseite, digitaleagenda.de. Wie viel hat die denn gekostet? Zu machen. Und da haben sie dann zurückbekommen, das können wir Ihnen nicht sagen. Das ist ein Geschäftsgeheimnis der Firma, die das gemacht hat. Ja. Also hier mal ein paar Beispiele von Regierungswebseiten aus dem Artikel entnommen, von denen man weiß, wie viel sie kosten. Das sind so das, worum es da ungefähr geht. Naja, einige überlegen jetzt vielleicht ihre Karriereplanung. Ja, und das ist halt ein schönes Beispiel für das, was ich meinte mit, es gibt keine Schöpfungshöhe für Geschäftsgeheimnisse. Die Information, wie viel eine Dienstleistung kostet, kann bereits ein Geschäftsgeheimnis sein. Und da sehen wir auch, dass das Ganze sich nicht so wie das Patentrecht in dieses Paradigma des freien Marktes, so problematisch das Paradigma selbst auch wiederum ist, aber sich auch nicht wirklich in das Paradigma des freien Marktes einfügt, weil ein Markt, auf dem die Preise geheim sind, ist nicht wirklich frei. Ja, also das war jetzt ein Beispiel, wann kommt es überhaupt zu Kollisionen mit Informationsfreiheitsansprüchen. Informationsfreiheitsgesetze dienen ja dem Zweck, Informationen, die der Staat hat, den Menschen zugänglich zu machen. Nur hat der Staat an sich erstmal keine Geschäftsgeheimnisse. Also, heißt es nicht. Deshalb sollte das ja eigentlich erstmal nicht zu Konflikt führen. Tut es aber doch, wie in dem vorgenannten Beispiel, vor allem an zwei Stellen. Das erste sind Verträge, die der Staat mit Unternehmen schließt, um irgendwelche Dinge zu beauftragen im Allgemeinen. Diese Verträge sind normalerweise geheim. Und viele Informationen in diesen Verträgen werden als Geschäftsgeheimnisse betrachtet. Das kann bereits, wie schon ausgeführtes Vertragsvolumen sein. Es kann natürlich auch noch sicherlich einiges anderes sein. Wie ein Unternehmen seine Verträge gestaltet, zum Beispiel, kann auch ein Geschäftsgeheimnis sein. Das heißt, das ist offensichtlich der erste Fall, wo es Probleme gibt. Der zweite Fall ist potenziell der, öffentliche Stellen können halt doch Geschäftsgeheimnisse haben. Öffentlich-rechtliche Personen können keine Geschäftsgeheimnisse sein, weil im Unterschied zu privatrechtlichen Personen, also juristischen Personen des Privatrechts, können juristische Personen des öffentlichen Rechts, keine Grundrechtsträger. Trotzdem gibt es aber nicht nur öffentliche Stellen des öffentlichen Rechts, es gibt auch öffentliche Stellen des privaten Rechts und es gibt immer mehr davon. Es ist eine Tendenz, die man auch mit dem Begriff Flucht ins Privatrecht bezeichnet. Dass sie können, ja, zum Beispiel die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, zum Beispiel Grün-Berlin, das ist jetzt Berliner Beispiel, genau, Liegenschaftsfonds, BVG, also Verkehrsbetriebe oft sowieso. Ja, genau, also es gibt halt, einerseits gibt es halt solche Sachen, die dann zum Beispiel als GmbH organisiert sind und einem, also der Bundesrepublik oder einem Land gehören oder es gibt so Public-Private Partnerships, wo zwar der Staat Mehrheitsanteile hat, aber irgendwie immer noch juristische, also die Privatwirtschaft Anteile hat und das ist alles privatrechtlich organisiert. Das ist ein potenzieller Konfliktfall, es ist meistens gar kein Konfliktfall, weil meistens privatrechtlich organisierte öffentliche Stellen sowieso von der Informationsfreiheitsgesetzgebung ausgenommen sind, pauschal. Ja, auch ein Grund, warum möglicherweise dieses Modell so beliebt ist, es schränkt auch einige andere Sachen ein, zum Beispiel die parlamentarischen Kontrollrechte, die dann schwerer wahrzunehmen werden und so weiter. Ja, so, was passiert jetzt in diesen Konfliktfällen? Naja, im Gegensatz zu Geschäftsgeheimnissen beziehungsweise im Gegensatz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen ist der Zugang zu staatlichen Informationen kein Grundrecht. Es gibt zwar ein Grundrecht auf Informationsfreiheit, also ein Grundrecht, das so heißt, im Grundgesetz, das allerdings ist nur das Grundrecht, sich aus öffentlich zugänglichen Quellen zu informieren. Es ist kein Grundrecht darauf, dass bestimmte Quellen öffentlich zugänglich sind. Ein Grundrecht auf Informationsfreiheit ist immer, also im Sinne von Zugang zu staatlichen Informationen, ist immer mal wieder diskutiert worden. Ich glaube, das einzige Bundesland, das so etwas in seiner Verfassung hat, ist Brandenburg. Es gibt aber ansonsten keins, insbesondere gibt es im Grundgesetz keins. Das bedeutet, wenn diese beiden Ansprüche miteinander kollidieren, hat schon mal immer erst mal derjenige Vorrang, der tatsächlich ein Grundrecht ist. Eine Abwägung, ja, also wenn ich jetzt im konkreten Fall wissen möchte, ja, was steht denn jetzt in diesem Vertrag, wie viel hat denn jetzt diese Webseite gekostet, ist theoretisch möglich, dann, wenn es ein öffentliches Interesse daran gibt. Denn das öffentliche Interesse kann man wiederum als etwas, was gegen ein Grundrecht abzuwägen ist, behandeln. Tja, jetzt stellt sich ja die Frage, kann man das denn, also passiert das denn, wenn ich frage? Es gibt im Bund ein Informationsfreiheitsgesetz und es gibt in sechs von elf Bundesländern, äh, sorry, in elf von 16, Entschuldigung, es gibt in elf von 16 Bundesländern Informationsfreiheitsgesetze. Wenn man sich mal aufeinander guckt, was da bei Geschäftsgeheimnissen drin steht, im Bundes-IFG und in sechs von elf Bundesländern steht, Geschäftsgeheimnisse haben absoluten Vorrang. Heißt, wenn ich eine Anfrage stelle und das, was ich wissen will, betrifft ein Geschäftsgeheimnis, kriege ich keine Antwort. Beziehungsweise ich kriege sofort eine ablehnende Antwort. Ich darf gar keine Antwort erhalten als eine ablehnende, egal welches öffentliche Interesse möglicherweise an dieser Information besteht. Das ist übrigens ein Unterschied zu einem anderen Grundrecht, nämlich dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Sämtliche Informationsfreiheitsgesetze in Deutschland sehen eine Abwägung vor zwischen dem öffentlichen Interesse und dem Interesse von, also dem Schutzinteresse bezüglich personenbezogener Daten. Bei Geschäftsgeheimnissen findet die Abwägung nicht statt, beziehungsweise sie geht dann meistens immer zugunsten der Geschäftsgeheimnisse aus. In fünf Ländern, fünf Bundesländern ist es möglich, also es ist eine Abwägung vorgesehen zwischen diesem Interesse und dem öffentlichen Interesse in einem einzigen Bundesland, das ist Hamburg, sind Unternehmen, wenn sie Verträge mit dem Staat schließen, überhaupt verpflichtet zu sagen, was in diesem Vertrag ist eigentlich ein Geschäftsgeheimnis und was nicht. Eine kleine Karte. Wir sehen, das was eingefärbt ist, sind Bundesländer mit Informationsfreiheitsgesetzen. Die Grünen sind die einzigen, in denen man auch an Informationen rankommt, in denen man es rankommen kann, wenn sie Geschäftsgeheimnisse betreffen. Das heißt, wenn ich wissen möchte, was steht in diesem Vertrag, den der Staat mit Firma X abgeschlossen hat, sind die grünen Länder die einzigen, wo ich auch nur eine Chance habe, eine Antwort zu bekommen. Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man Sachen in Landesverfassungen reinschreiben kann, aber dass die dann immer noch nicht in Gesetzen stehen. Es gibt zwar ein Grundrecht auf Zugang zu staatlichen Informationen in Brandenburg und es gibt ein Grundrecht auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, allerdings die Abwägung, die dann stattfindet, ist diese im Gesetz. Aber gut aufgepasst. Die anderen Länder haben gar keine Informationsfreiheitsgesetze. In Niedersachsen und Baden-Württemberg gibt es Bestrebungen, Informationsfreiheitsgesetze. Bayern auch? Okay. Ja, ich habe gesagt, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Bestrebungen? In Hessen meines Wissens nicht, wobei ich den Koalitionsvertrag gar nicht so genau kenne. Ich kenne ein bisschen die Diskussion in Niedersachsen, Baden-Württemberg. Und genau solche Fragen sind es auch, die eine Rolle spielen, wenn es darum geht, neue Informationsfreiheitsgesetze zu schaffen. Also auch zum Beispiel die grün-rote Regierung in Baden-Württemberg hat in ihrem ersten Entwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes auch vorgesehen, dass eine Abwägung zwischen den Geschäftsgeheimnissen und Informationsfreiheit immer zugunsten der Geschäftsgeheimnisse ausgeht. Ja, so, komme gleich zum Fazit. Ja, Fazit, wenn wir über geistiges Eigentum reden, geistiges Eigentum, Anführungsstriche, sollten wir vielleicht nicht nur über das Urheberrecht reden. Ich glaube, es ist klar geworden, warum es auch hier um eigentumsähnliche Rechte geht oder sogar Eigentumsrechte, wenn man verfassungsrechtlich ganz strikt ist, bei denen sich ganz ähnliche Fragestellungen auftun. Ich hatte vorhin ja mal hier gesagt, was ist denn eigentlich das Problem? Was ist eigentlich das Problem, wenn wir Informationen als Eigentum behandeln? Und im Wesentlichen sehen wir, dass ja auch ähnliche Probleme auftauchen. Wir sehen, wenn man Sachen, die halt Informationen sind, also beliebig kopierbar, als nicht kopierbar behandelt, dann hat es Auswirkungen auf den freien Austausch von Informationen. Es hat unerwünschte politische Nebeneffekte, wie zum Beispiel die Beschränkung der Informationsfreiheit, die ich dargestellt habe. Und das heißt, die gleichen Fragen, die wir uns für Urheberrecht stellen, könnten wir uns eigentlich auch auf diesen Bereich stellen. Und damit möchte ich eigentlich schließen in die Diskussion mit der schönen Frage, braucht das neue Regeln oder kann das weg? Wie gesagt, wir machen jetzt noch eine kurze Diskussion. Dazu verwenden wir das geniale System der Schule, das mit dem Handheben. Vielen Dank, dass du dich diesem wichtigen Thema widmest. Zufällig bin ich auch gerade Schattenberichterstatterin für die neue Richtlinie der Europäischen Union zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Ich finde es cool, dass du so mal diesen Konflikt mit staatlichen, öffentlichen Informationen angesprochen hast. Was bei uns viel mehr diskutiert wird, ist, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf ArbeitnehmerInnenrechte. Weil eigentlich irgendwie, wenn ich mich bei einer Firma bewerbe, ich immer in meinen Lebenslauf reinschreibe, also ich bewerbe mich nirgendwo, aber wenn ich das tun würde, dass ich dann reinschreibe, wo ich bisher gearbeitet habe. Und selbstverständlich ist die implizierte Annahme dabei, dass ich irgendein Know-how von diesen Firmen und Erfahrungen mitbringe. Und eigentlich ist aber durch den Schutz von Geschäftsgeheimnissen in vielen Verträgen genau das verboten. Also in gewisser Weise habe ich den Eindruck, dass dieser Schutz von Geschäftsgeheimnissen letzten Endes nur funktioniert, wenn man davon ausgeht, dass er in der Praxis eigentlich von vielen Stellen nicht durchgesetzt wird. Und das gilt ja genauso auch fürs Urheberrecht, das nur so als Kommentar am Rande. Ich habe auch noch eine Frage und zwar, also mir war das gar nicht bewusst, dass in Deutschland Geschäftsgeheimnisse im Grundrecht sind. Das ist in vielen anderen europäischen Ländern nicht so. Da fällt das einfach unter unlauterem Wettbewerb. Deshalb jetzt meine Frage, kann ich mich auch als natürliche Person auf das Grundrecht Geschäftsgeheimnis oder Betriebsgeheimnis berufen und dadurch irgendwelche Informationen über mich selbst zurückhalten. Vor allen Dingen, weil ja anscheinend der Schutz von Geschäftsgeheimnissen weitreichender ist als der Datenschutz. Ah, okay, sorry. Technik. Ich und Technik. Ja, danke. In der Tat, also erstens, ja, ArbeitnehmerInnenrechte sind ein weiteres Konfliktfeld. Da fällt halt so etwas wie solche Verschwiegenheitsklauseln rein. Da fällt auch so etwas wie Whistleblowing rein, weil Whistleblowing bei privaten Unternehmen ist halt oft im direkten Konflikt mit Geschäftsgeheimnissen, weil es ja um interne Informationen geht. Die europäische rechtliche Ebene hast du angesprochen. Es gibt keine direkte Verankerung von Geschäftsgeheimnissen im Europarecht. Noch nicht. Oder es gibt keine Definition. Wie schon sagt es, es gibt im OrGH-Urteile, glaube ich, die das irgendwie eingrenzen und sich da, glaube ich, auch aufs Eigentumsrecht berufen. Die Frage, ah, als Privatperson, kann man sich als Privatperson darauf berufen? Ja, es nennt sich dann Berufsfreiheit. Also, wenn du irgendwie selbstständig Geschäfte machst, dann wirst du sicherlich auch Geschäftsgeheimnisse haben dürfen. Allerdings, stärker als Datenschutz, hängt halt davon ab. Das Beispiel war jetzt halt Informationsfreiheitsgesetzgebung. Da du als Privatperson die Geschäfte, also wenn du als Privatperson die Geschäfte machst, zum Beispiel einen Vertrag mit dem Staat schließt, dann bist du davon genauso geschützt. Ja, aber du bist ja im Regelfall, also als Privatperson profitierst du eigentlich nicht wirklich davon. Also du profitierst halt als Geschäft, das du halt auch als einzelne Person betreiben kannst. Ja, ich hätte noch mal eine Verständnisfrage und zwar, wo ist das denn halt genau beschrieben, wie Geschäftsgeheimnisse sich von anderen Informationen abgrenzen oder wer diese Abgrenzung vornimmt. Es scheint mir jetzt halt irgendwie willkürlich durch die Unternehmen zu erfolgen, weil die zum Beispiel einfach sagen, das ist vertraulich. Oder kannst du was dazu sagen, was da für Regeln gelten oder wo das genau festgelegt ist, wo die Grenze ist? Ja, also erstmal, es gibt keine so klare Definition. Es gibt halt die, die ich zitiert habe aus dem Bundesvermassungsgericht, die ist natürlich relativ vage. Im Prinzip entscheidet jedes Unternehmen erstmal selbst, was ein Geschäftsgeheimnis ist. Im Fall des Informationsfreiheitsrechts, wenn es dann einen Antrag gibt, dann läuft das in der Praxis so, dass, wenn das irgendwie einen Vertrag mit dem Unternehmen betrifft, dann schreibt die Behörde, bei der der Antrag eingeht, erstmal das Unternehmen an und fragt, können wir das rausgeben? Dann sagt das Unternehmen, lösen Geschäftsgeheimnisse und dann wird es nicht rausgegeben. Beprüfen lässt sich das natürlich auf rechtlichem Weg. Man kann dann vor das Verwaltungsgericht ziehen und irgendwie prüfen lassen, ob das tatsächlich Geschäftsgeheimnisse sind. Der Weg ist natürlich kostspielig. Es gibt dann halt solche Fälle, da wird dann halt festgestellt, was Geschäftsgeheimnisse sind oder nicht. Aber in der Praxis ist das so, dass Unternehmen das einfach selbst entscheiden, was das ist. Und ich habe es ja auch schon in Hamburg erwähnt, Hamburg ist mit dem Transparenzgesetz da, ist überhaupt eine völlige Innovation, dass Unternehmen überhaupt dem Staat gegenüber angeben müssen, und was ihre Geschäftsgeheimnisse sind. Du hattest gesagt, in Artikel 19 ist irgendwie geregelt, dass Grundrechte auch auf juristische Personen übertragen werden können, sofern das irgendwie geht. Wann geht denn das? Oder warum kann ein Unternehmen eine Berufsfreiheit haben, aber kein Wahlrecht oder was auch immer? Also wo ist ja die Abgrenzung? Ja, also es gibt Grundrechte, auf die sich Unternehmen berufen dürfen, es gibt welche, auf die sich nicht berufen dürfen. Die Abgrenzung wird im Wesentlichen von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vorgenommen. Also vom Gesetzgeber und dem, also es passiert halt in der Praxis wie alles, was in der Verfassung steht. Wahlrecht. Wahlrecht ist, ja, Wahlrecht ist halt ein Fall, wo es nicht geht. Unternehmen haben auch nicht im eigentlichen Sinne eine Menschenwürde. Deshalb haben Unternehmen zum Beispiel, ja, deshalb haben Unternehmen zum Beispiel auch kein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, weil das ja aus der Menschenwürde hergeleitet wird. Sie haben aber ein Recht auf Geschäftsgeheimnisse, das natürlich im Wesentlichen dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung entspricht, aber bestimmte Rechte haben sie natürlich nicht. Die konsequente Frage wäre dann ja, was würde denn passieren, wenn man diese Geschäftsgeheimnisse einfach killt, also oder auch weniger einfach. Also wenn man sagt, naja, genauso wie wir geistiges Eigentum im Urheberrecht kritisieren, könnte man ja auch sagen, das mit den Geschäftsgeheimnissen hat auch große negative Auswirkungen und wenn man zu der Abwägung kommt, dass die größer sind, dann könnte man ja in Gesetzen, wie auch immer, dazu führen, dass die Geschäftsgeheimnisse halt nicht mehr geheim sind, weil man sie einfach verraten darf und daraus einfach gar nichts folgen würde für das Individuum. Gibt es irgendwo auf der Welt einen Markt, der so funktioniert oder gibt es zumindest irgendwelche Studien, die dir bekannt sind, die das mal untersucht haben, was denn wäre, wenn man das täte? Es gibt Länder, in denen der Schutz von Geschäftsgeheimnissen nicht so stark ist. wie bei uns. Und es gibt sehr intensive Bestrebungen, mit diesen Ländern Verträge zu schließen, die das ändern. Wer sich noch daran erinnert, wofür ACTA eigentlich steht, ursprünglich, Anti-Counterfighting-Trade-Agreement, da geht es genau darum, da geht es um Produktpiraterie und Industrie-Spionage. Und das erste Argument, was kommen würde, wenn man irgendwie sagt, lass uns das einfach mal anders machen, wäre, ja, aber damit sind ja unsere Unternehmen völlig hilflos der Industrie-Spionage ausgesetzt. Ja, daran anknüpfend finde ich es interessant, sich halt anzugucken, was sind denn die staatlichen Rechtfertigungen für andere Formen von Immaterialgüterrechten. Also zum Beispiel beim Urheberrecht haben wir je nach Rechtstradition auf der einen Seite das Urheberpersönlichkeitsrecht, also dass es zum Beispiel einer Urheberin nicht zumutbar ist, dass ihr geistiges Werk in einem Kontext gebraucht wird, die für diese Person irgendwie eher verletzend ist oder so, das ist offensichtlich für Unternehmen nicht wirklich anwendbar, weil die haben keine Persönlichkeit in dem Sinne, wie sie beim Urheberpersönlichkeitsrecht gebraucht wird. Die andere Rechtfertigung jetzt gerade beim Urheberrecht und auch beim Patentrecht, wie du gesagt hast, ist halt der, einen Anreiz für Innovationen zu schaffen und da stellt sich mir eben die Frage, ob Geschäftsgeheimnis oder der Schutz von Geschäftsgeheimnissen nicht genau diesen Sinn von Patentrecht letzten Endes untergräbt, weil wenn ich genauso gut eine Information als Geschäftsgeheimnis schützen lassen kann, was für einen Anreiz habe ich dann noch, sie als Patent anzumelden und dementsprechend öffentlich zu machen, was ja im Sinne irgendwie der Innovationsförderung ist? Also es gibt zumindest einen Anreiz. Bei Patenten kannst du, wenn jemand anders kommt und sagt, ich hatte die gleiche Idee, unabhängig davon dagegen etwas tun. Bei Geschäftsgeheimnissen nicht, weil der Schutz in dem Moment verschwindet, wo andere die Information haben. Ansonsten sind die, ja die Rechtfertigung dafür, in der Tat auch ähnlich, Innovationsschutz ist eine Sache, aber tatsächlich auch das Argument, ja, wenn ein Unternehmen ein Geschäftsgeheimnis hat, dann hat es sich ja, das irgendwie erarbeitet, das sind ja irgendwie Erfahrungswerte oder Innovationen oder was auch immer und das kann ja nicht sein, dass dann andere daraus Vorteile haben, beziehungsweise, dass es den Vorteil, den es daraus hat, nicht auch nutzen kann. Also das ist zumindest bei dem, was jetzt auf EU-Ebene und auch mit TTIP diskutiert wird, nicht unbedingt so. Also zum Beispiel in den USA ist es im Moment so, dass der Schutz von Geschäftsgeheimnissen so weit geht, dass wenn ein anderes Unternehmen die Information bereits hat und für die Produktion einsetzt, also zum Beispiel Coca-Cola hat ein Rezept, das ist geheim, irgendjemand anders findet dieses Rezept raus, produziert nach dem gleichen Rezept, dann kann das Unternehmen, das dieses Geschäftsgeheimnis ursprünglich hatte, eben die Produktion stoppen und wenn diese Produktion gestoppt wurde und das Unternehmen das dann trotzdem wieder weitermacht, sogar strafrechtliche Maßnahmen dagegen ergreifen und das ist halt was, was teilweise amerikanische Industrie jetzt versucht in TTIP unterzubringen. Das heißt, also ja, in Deutschland mag das im Moment so sein, dass der Schutz von Geschäftsgeheimnissen sofort aufhört, aber das ist nicht überall so. Genau, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage wäre, wäre dann im Prinzip eine gewisse Schöpfungshöhe, die man festsetzt, für Geschäftsgeheimnisse nicht denn eher sinnvoll, so als erster Schritt, im Sinne von, bei Patenten entscheidet ja das Patentamt, das nationale oder das europäische Patentamt, ist das denn überhaupt schützenswert oder eine neue Innovation, wäre das, also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie in einer Kantine von einem Betrieb irgendwie einen gelben Eierbecher habe, das ist ja die Information, ist ja jetzt nicht unbedingt ein Geschäftsgeheimnis in dem Sinne. Ist dann aber die Frage, du hast gesagt, alles schützenswert als Information aus diesem Betrieb. Wäre das denn nicht irgendwie der erste Schritt, den man machen könnte? Und der zweite Schritt ist, wenn ich jetzt als normaler Bürger nicht die Möglichkeit habe, diesen Tarif einzusehen, wie schaut es dann aus damit, wenn die öffentliche Hand im Prinzip einen Vertrag macht mit einer Firma, irgendwas beauftragt oder ähnliches, die Gremien, also Gemeinderat, Kreistag, Landtag, Bundestag, die halt letztendlich den Haushalt beschließen, wo diese Verträge dann ja irgendwie abgebildet werden, inwieweit bekommen die denn jetzt auch Einsichten, diese Verträge, die möglicherweise Geschäftsgeheimnisse beinhalten? Du meinst jetzt irgendwie parlamentarische Kontrolle und klar, da sind natürlich die Einsichtsrechte andere und stärkere, im Normalfall. Ich will jetzt nicht bezeugen, dass in jedem deutschen Parlament alle Parlamentarier, alle Verträge einziehen dürfen, aber es sollte eigentlich so sein. Ja, achso, die erste Frage, Schöpfungshöhe. Ja, das ist halt die Frage, wenn man es mit dem Patentsystem vergleicht, es ist halt ein anderes System. Wie willst du Schöpfungshöhe definieren in einem System, wo das Geschäftsgeheimnis gar nicht festgehalten werden muss? Also, du kannst, also wenn du ein Amt einführen würdest, was sagt dir, alles was Geschäftsgeheimnis ist, muss dort angemeldet werden. So, und da eine gewisse Schöpfungshöhe festlegt, hättest du eigentlich nur das Patentrecht neu erfunden mit viel niedrigeren Schöpfungshöhen. Also willst du wahrscheinlich nicht. Du hast gesagt, dass ein Geschäftsgeheimnis nur so lange ein Geschäftsgeheimnis ist, wie es nicht öffentlich ist. Wie geht sowas denn dann vonstatten? Also angenommen, ich lege was auf Pastebin, dann ist es ja nicht mehr öffentlich. Andersrum, dann ist es ja nicht mehr geheim, sondern es steht erstmal frei verfügbar dort. Muss eine Information, die da ist, dann erst noch bestätigt als richtigt werden oder kann ich erstmal was auf Pastebin posten und dann eine Informationsanfrage stellen, weil es ja dann kein Geschäftsgeheimnis mehr ist. Die konkrete Frage ist, ist es tatsächlich, die meisten Informationsfreiheitsgesetze sehen tatsächlich vor, dass Dinge, die öffentlich bekannt sind, nicht rausgegeben werden, weil sie sind ja eh schon öffentlich bekannt. Man muss glaube ich auch noch mal trennen zwischen dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen, der halt irgendwie hier abstrakt ist, ein abstrakt geschütztes Rechtsgut, insbesondere gegenüber staatlichen Eingriffen und der Frage, was ist denn mit dem Bruch dieses Geheimnisses? Also wenn ich irgendwie in eine Firma, in eine Fabrik irgendwie einbreche, mir da irgendwelche Pläne oder was auch immer klaue, die Fotokopiere und so, das ist natürlich illegal. Und das macht es nicht, also, und das macht es auch erstmal nicht weniger zum Geheimnis, dass ich diese Informationen habe und ich kann sie dann nicht legal verwenden. Hier geht es halt irgendwie um die grundrechtliche Seite, also auch um die Frage, wie ist denn das mit dem Staat? So, ja, du hast ja eine konkrete Frage gestellt, ich will mal versuchen, die zu beantworten, nach dem, was ich jetzt auch gehört habe. Geführt würde ich sagen, ja, kann halt weg, na auch dem, was du erzählt hast. Allerdings ist es dann auch wieder so, dass wir ja in einem politischen Kontext sind und dass das nicht ohne Grund ein Grundrecht ist und dadurch, dass es den Charakter eines Grundrechtes hat, man jetzt auch nicht vielleicht als ersten Schritt die Idee haben sollte, als politische Gesellschaft, als am Ende dann auch Staat mit Entscheidungskompetenzen, ein Grundrecht auszuheben, ist an sich nicht so eine gute Idee. Deswegen würde ich eine Lanze brechen für das braucht das Regeln und zwar aus einem bestimmten Aspekt. Also auch die Frage, was ist ein Geheimnis, spielt in der deutschen Rechtsprechung eine große Rolle. Also mein Eindruck ist, kenne ich auch aus der Arbeit zum Beispiel mit parlamentarischen Materialien, die besonders geschützt sind, dass es in der deutschen Rechtsprechung sehr genau definiert ist, wann etwas ein Geheimnis ist und wann nicht. Und daher kommt auch das, was du gesagt hast, wenn es nämlich öffentlich ist, ist es kein Geheimnis mehr. Und das wird auch so wahrgenommen. Meiner Meinung nach müsste man durch alle möglichen Maßnahmen den Unternehmen das einfach vermiesen, mit dem Grundrecht auf Geschäftsgeheimnisse zu agieren. Das kann nämlich, wenn man als Staat entsprechende Regelungen trifft, also Transparenzgesetzgebung in Hamburg oder eben nur die Abwägungsfrage, für ein Unternehmen richtig teuer werden. Zum Beispiel gegenüber der öffentlichen Hand, mit denen ein Unternehmen Verträge hat, zu argumentieren, und zwar in jedem einzelnen Mal, wenn es eine Anfrage auf Informationsfreiheitsgesetz auf Grundlage gibt, zu argumentieren, warum jetzt etwas speziell schützenswert ist. Da müssen Juristen beschäftigt werden und so weiter und so fort. Wenn es etwa eine wirkliche Innovation ist, kann man eben auch immer noch auf das Betantrecht aufweiten. Also mein Plädoyer wäre an der Stelle auch durch Leaks, das geht immer dafür zu sorgen, dass die Wahrnehmung dieses Grundrechts für Unternehmen flächendeckend einfach zu teuer und zu unattraktiv wird. Das ist wahrscheinlich das Allerbeste und das Schnellste. Ja, die Frage ist absichtlich provokant gestellt. Ja, ja, beim Urheberrecht sagen auch die wenigsten Leute, wir müssen das Urheberrecht abschaffen, sondern es geht eben darum, was davon funktioniert und was davon funktioniert nicht und was sind Effekte davon, die man nicht haben will. Klar, man könnte jetzt auch diskutieren, ob mich vielleicht einfach diese ganze Anwendung von Grundrechten auf privatjuristische Personen, und ob die nicht eigentlich auch verzichtbar ist. Hat natürlich aber auch einige Aspekte, die, also das führt halt zum Beispiel dazu, dass es nicht so einfach ist, Vereine aufzulösen durch den Staat und also es ist jetzt auch, ja, es hat nicht nur negative Seiten. Also ich hänge immer noch an der grundsätzlichen Frage, warum sich der Staat im Rahmen von Immaterialgüterrechten überhaupt mit Geheimnissen beschäftigt, weil, also ich würde eigentlich aus Perspektive des Unternehmens sagen, wenn ich etwas geheim halte, anstatt zu versuchen, ein Patent anzumelden, dann wähle ich einen Weg außerhalb des rechtlichen Schutzes von irgendwelchen Informationen. Also wenn ich etwas geheim halte, dann versuche ich eben gerade nicht rechtlichen Schutz zu erlangen, sondern faktischen Schutz, der überhaupt nicht auf den gesetzlichen Rahmen angewiesen ist, nämlich indem ich halt Maßnahmen treffe, die dazu dienen, irgendwie dafür zu sorgen, dass die Konkurrenz nicht erfährt, was ich tue. Also muss sich der Staat da überhaupt einmischen? Ja, da kann man es stellen. Wobei natürlich es nur ein kleiner Ausschnitt dessen ist, was Geschäftsgeheimnisse sind, was überhaupt mit dem Patentrecht, wo sich die Frage stellt, kann man da ein Patent anmelden oder nicht, weil meistens, also wie gesagt, ich kann kein Patent darauf anmelden, 100.000 Euro für eine Webseite zu verlangen, auch wenn es wahrscheinlich einträglich wäre. Ansonsten muss sich der Staat da überhaupt einmischen. Also in dem Bereich, den ich jetzt aufgezeigt habe, muss er ist halt deshalb, weil er da halt quasi, weil dort halt Ansprüche, die der Staat zu gewährleisten hat, dafür sorgen, dass er eingreifen muss in die Geschäftsgeheimnisse von dort. Und das sind auch die Fälle, die ich da, das ist eigentlich in allen Fällen, die ich da aufgezählt habe, der Fall. Das ist natürlich, da muss sich der Staat da natürlich einmischen. Die Frage ist, muss er sich, wie weit muss er sich dazu einmischen, zu sanktionieren, dass Unternehmen, Geschäftsgeheimnisse anderer Unternehmen brechen, indem sie halt irgendwie Industrie-Spionage betreiben, Reverse Engineering, was du vorhin angesprochen hast, ist natürlich dann ein anderes, eine andere Frage. Ich habe mir das mit den Geschäftsgeheimnissen auch mal angeschaut und mir ist aufgefallen, dass es eine verdammt alte Regelung ist. Also dieser 17 UWG geht zurück auf das erste UWG, also Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das es in Deutschland gab. Das war 1896. Das ist fast so alt wie das bürgerliche Gesetzbuch. Also es ist schon irgendwie so eine zentrale, historische Regelung. Irgendwie scheint dieser Schutz von Geschäftsgeheimnissen all das zu schützen, was eben noch keinem anderen Schutz zugänglich ist und eventuell so ein Vorfeldschutz zu sein. Also so verstehe ich das. Oder, keine Ahnung was, Betriebsorganisation kann auch unter Geschäftsgeheimnisse fallen, ist aber weder patentierbar noch urheberrechtlich schützbar noch sonst irgendetwas. Also ich kann das schon einsehen, dass das irgendwo Sinn ergibt, auch für juristische Personen einen gewissen Schutzbereich zu haben. Der ist dann in anderen Ausprägungen irgendwie ein bisschen obszön, und zwar dann, wenn irgendwie das sogenannte Urheberpersönlichkeitsrecht ins Spiel kommt. Das kann ich nicht nachvollziehen, dass da eben ein Persönlichkeitsrecht, was tatsächlich aus der Menschenwürde abgeleitet wird, irgendwie in der Rechtsprechung übertragen wird auf Unternehmen. Dann habe ich gerade kurz zwei Sachen, zum einen es sind noch sieben Minuten, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ich sollte uns kurz fassen. Zum anderen kam aus diesem Twitter, diesem Internet noch eine Frage. Und zwar sind denn nach dem Snowden NSA-Enthüllung die Geschäftsgeheimnisse nicht ohnehin weniger geschützt als propagiert? Tja, naja. Das ist alles weniger geschützt, als man sich das vielleicht wünschen würde. Also natürlich, was man noch dazu sagen muss, nur dass jemand Kenntnis von Geschäftsgeheimnissen hat, macht es natürlich nicht weniger zu Geschäftsgeheimnissen. Sie müssen dann halt öffentlich sein und die Frage ist prächtigt. Ja, von mir die Frage, die Problematik entsteht ja vor allen Dingen immer dann, wenn staatliche Stellen Verträge geschlossen haben mit Unternehmen. Und da ist jetzt die Frage, inwiefern kann man den staatlichen Stellen Regelungen aufgeben, wie sie Verträge, welche Verträge sie annehmen dürfen oder nicht? Also dass man irgendwie sagt, sie müssen, folgende Informationen müssen grundsätzlich offen sein, wenn staatliche Stelle X einen Vertrag schließt. Das könnte man machen. Also das, was man auf der Ebene zum Beispiel eines, also in der Kompetenzgebung eines Bundeslandes machen kann, ist glaube ich, das Hamburger Transparenzgesetz, was ich schon erwähnt hatte, ein sehr gutes Positivbeispiel, was auch wohl den Rahmen des Machbaren an der Stelle ausschöpft. Man könnte aber auch eine Regelung schaffen, das müsste man dann wohl auf Bundesebene tun oder mindestens auf Bundesebene tun, die halt allgemein zur, also die halt irgendwie zum Beispiel sagt, ja Verträge mit staatlichen Stellen sind halt öffentlich. So, das ist dann halt, das kann man dann halt so festsetzen, das ist dann halt ein Eingriff in das Grundrecht auf Geschäftsgeheimnisse, aber Eingriffe sind ja erlaubt, wenn sie gesetzlich definiert sind. Es gibt Länder, in denen gelten auch ähnliche Regelungen, die Verträge mit öffentlichen Stellen allgemein zugänglich machen. Könnte man machen. Fände ich auch gut. Eben wurde ja vorgeschlagen, dass der rechtliche Schutz von Geschäftsgeheimnissen komplett gestrichen werden sollte zugunsten eines praktischen Schutzes, der auch, wie auch immer, gestaltet sein werden sollte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert, denn ein praktischer Schutz müsste ja auch enthalten, dass man Mitarbeiter irgendwie, weil Mitarbeiter verhindert, dass sie internes Wissen weitergeben. Das kann man schaffen, indem man sie einsperrt, das will man glaube ich nicht. Also muss man irgendwie einen rechtlichen Schutz schaffen, dass sie nichts sagen müssen und da beißt sich die Katze schon wieder entspannt. Das Zweite ist, da muss dann also die Folgerung, wir brauchen neue Regeln und da kommen wir genau dahin, was eben auch wieder mehrfach angesprochen wird, dass man im öffentlichen Bereich schlicht und simpel alles der Öffentlichkeit auch zugänglich machen sollte, sprich Verträge haben, gefälligst öffentlich zu sein und auch die Inhalte sämtlicher Verträge und ich denke, das ist der Schiebe, an dem man sinnvollerweise arbeiten könnte. Ganz kurz, es sind noch drei Minuten, deswegen würde ich sagen, wir versuchen nochmal zwei Fragen zu machen und wenn wir dann noch mehr Zeit haben, schauen wir mal. In Richtung, was eben gerade auch gesagt wurde, wie kommt man denn dann aber dahin, dass wir es tatsächlich schaffen, die öffentliche Hand oder beziehungsweise die privaten Partner vielmehr in der öffentlichen Hand, wann immer sie öffentliche Verträge machen, dass die tatsächlich veröffentlicht werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf EU-Ebene tatsächlich eine relativ geschickte Argumentationsschiene sein könnte, mit der Haltung der Kommission sogar zu argumentieren, dass man nämlich Wettbewerbsverzerrung minimieren möchte. All die sind extrem hinterher, wenn ich das als Kommunalpolitiker jedenfalls beobachte, an jeder Ecke doppelt und dreifach zu prüfen, ob wir als öffentliche Hand nicht vielleicht aus Versehen Unternehmen A drei Cent mehr bezahlt haben als Unternehmen B, weil wir die lieber mögen. Und natürlich wäre es durch öffentliche Vertragswerke zwischen privaten und öffentlichen Hand extrem vereinfacht, nicht nur den Behörden, sondern im Zweifelsfall auch den Konkurrenten die Möglichkeit zu geben, Wettbewerbsverzerrung selbstständig zu entdecken und dann gegebenenfalls zu melden. Also ich könnte mir vorstellen, dass man daraus eine relativ gute Argumentationslinie gegenüber anderen politischen Kräften schmieden könnte. Also vielleicht jetzt gerade direkt als Entgegnung darauf kann es halt auch sein, dass du eher eine Kartellsituation erzeugst, indem du durch die öffentlichen Verträge halt inoffizielle Absprachen ermöglichst, wie teuer man sozusagen der öffentlichen Hand das in Rechnung stellen kann und sich nicht unterbieten muss dabei. Das ist ja eine Sache und zu davor, na gut, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, deswegen ist es auch egal. Also noch eine kurze Bemerkung zum Thema Verträge und Preise öffentlich machen. Es gibt ja einerseits das Vergaberecht und andererseits das IFG und tatsächlich ist man der Meinung, dass das IFG nach Abschluss der Vergabe Vorrang hat vor dem Vergaberecht, sprich, dass da nichts Geheimes ist und dass man natürlich an die Vergabedokumente, auch die internen, der Verwaltung rankommt und da steht auch immer eine Auftragswertschätzung drin, die meistens halbwegs plausibel ist. Zumindest im Bereich über oder unter 200.000 Euro kriegt man das raus. Insofern, da kommt man schon über Umwege dran ran, auch wenn da irgendein Unternehmen der Meinung ist, das sei sein Geschäftsgeheimnis, spätestens die Schätzung der Öffentlichen hat, ist kein Geschäftsgeheimnis mehr. Schreibt mal eine Mail an Netzpolitik. Schreibt mal eine Mail an Netzpolitik, die interessiert das dann vielleicht bei ihrem Antrag. Nein, nein. Okay, damit ist die Zeit um. Hier kommt als nächstes der Vortrag von Nutella, der gerade hier auch gesessen hat. Danke, Simon. Genau. Danke, Simon. Applaus